Kamelle im Schatten Eine jüngere und eine ältere Frau, Tochter und Mutter, beschließen im stillen Einvernehmen, die Kirche zu verlassen. Keine ex-beliebige Kirche, nein, der Stolz der Stadt, der ganzen Region, einzigartig in ihrer Bedeutung und Strahlkraft, die Verkündigungskirche in Nazareth. Vor dem endgültigen Heraustreten aus der Kirche, vor dem Tor aller Tore, halten die Frauen kurz inne. Sie denken über den Altar in der Höhle nach, über den Erzengel Gabriel, der haargenau in dieser Städte Maria verkündete, was er verkünden musste. Charakteristisch für ihn und zweifellos eine beliebte Tätigkeit dieses bekanntesten Engels von allen, ist naturgemäß die Verkündigung, denn etwa sechs Jahrhunderte nach diesem Ereignis wird in den Höhlen von Mekka ein Analfabet die wispernde Stimme Gabriels hören. Diesmal wird der Engel aller Engel seine Verkündigung in fließendem Arabisch anstatt im üblichen Aramäisch oder Hebräisch vorbringen, Mohammed den Koran ins Ohr flüstern. Deswegen wird er nun nicht wie üblich einfach Gabriel, sondern Jibril genannt. Dies ist aber eine andere Geschichte. Bleiben wir lieber in den Höhlen von Nazareth bei den beiden Frauen, die nun die Augen zum Himmel erheben. Die starke Sonne blendet sie schmerzhaft. Sie schließen kurz die Augen. Der Gesichtsausdruck der Frauen ist in seiner Ernsthaftigkeit vielleicht tatsächlich als Form zu bezeichnen, die Gesichter bleich und leicht entrückt, passend zur christlichen Verborgenheit dieser Städte, in der nicht selten ein Übermaß der Gefühle über die Vernunft zu herrschen beginnt. An diesem Ohr der monotheistischen Magie ist alles möglich, sogar ein Wunder. Einige Kreuze schlagen, ein inbrünstiges Gebet und es könnte geschehen, hier und jetzt, in diesem Museum vergangener Zeiten. Halleluja! Tochter und Mutter haben die atemberaubende, mystische, bis zum Weinkrampf ergreifende Atmosphäre der Basilika absorbiert, die üppigen Beirauchschwaden inhaliert, das Vaterunser rezitiert, wie in Trance jede einen Rosenkranz in der Hand, vor einigen Tagen auf dem Markt in Jerusalem erworben. Die beiden Frauen spüren ein heimliches Flattern im Herzen, in allen Gliedern. Das plötzliche Läuten der Glocken geht ihnen durch Mark und Bein, die Glocken von Nazareth. Es ist schon ein Uhr, sagt die ältere Frau, wie die Zeit vergeht. Mehr als zwei Stunden haben sie in dieser Kirche verweilt. Phänomenal! Was sind schon die Kirchen, die wir bis heute sahen, sagt die Jüngere. Die älteren nicht selig, als wären die Worte der Tochter gesegnete Verse eines heiligen Buchs. Die Mutter nickt mit dem Kopf, wie abwesend, und haucht, weh mir! Wie schön, flüstert die Tochter, wie wunderschön und heilig! Mit dem flachen Atem der Verzückung treten die beiden einander zärtlich umarmend in die freie Zone des Weltlichen, außerhalb des schattigen und kühlen, kryptisch düsteren Platzes des Heiligtums. Sie gehen mit kurzen Schritten, als schwebten sie, ähnlich wie der Nazarener, der übers Wasser ging. Mit gleichzeitig sicheren und unsicheren Bewegungen gelangen sie langsam, aber sicher in die Hitze eines normalen Tages, inmitten der turbulente Realität des Nahen Ostens. Gleisende Sonne, Granatäpfel, Orangen, Banane, Hitze. Naturgemäß Hitze, große Hitze, in diesem Teil der Welt ist eine Wettervorhersage lächerlich, sinnlos und überflüssig. Jedes Kind kann das Wetter vorhersagen. Ob es sich nun um 33 oder 35 oder 39 Grad im Schatten handelt, ist unwichtig. Auch die Experten können diese Nuancen nicht präzise vorhersehen. Es sind ohnehin immer gefüllte 5 bis 10 Grad mehr, als sie prophezeien. Das Barometer ist sparsam wie ein Schwabe. Schwalben und andere Vogelarten suchen wie Besessene nach Schatten. Ein Hut auf den Kopf hilft nicht, jedenfalls nicht immer. Die Mittagssonne ist immer die gefährlichste. Ihr Stich fühlt sich an wie ein Schlangenbiss. Eine durch und durch lebensgefährliche Sonne gibt es hier im Norden Israels. Überall in Israel. Nazareth ist keine Ausnahme. Die Kirche ist für viele ein klimatisches Refugium. Jedem bittet sie Asyl von Naturgewalten. Denn dieses Mittelmeerklima kann einen an 300 Tagen im Jahr in den Wahnsinn treiben. Nicht aber die beiden Frauen aus Europa. Nein, die Europäer mögen die Sonne, weil sie dort so wenig Sonne haben. Alle wollen ja, was sie nicht haben. Sie fliehen also nicht zurück in die Kirche, wie es hier üblich ist. Nicht unsere beiden Frauen. Dabei tauchen plötzlich Menschenmassen wie aus dem Nichts auf. Sogar Juden und Muslime flüchten sich in die Kirche. Buddhisten, Hindus und andere Heiden auch. Die massiven Wände funktionieren wie eine erstklassige Klimaanlage. Bald kommen die wärmsten Stunden des Tages. Lebensgefährliche Stunden. Unerträgliche Stunden für die Einwohner. Auch den lokalen Tieren ein Dorn im Auge, ein Stachel im Fleisch. Die Sonne. Die Kirche schützt ja alle, denken viele. In der Mittagszeit sind die Straßen fast menschenleer. Auch keine Tiere in Sicht. Nur Amerikaner und viele Russen. Ungeheuer viele Russen. Und als Zugabe eine gute Portion Europäer. Westeuropäer, Mitteleuropäer, Osteuropäer und obendrein ein paar zur Neutralität neigende Schweizer. Diese internationale Gesellschaft machen sich einige tüchtige Händler zunutze. Sie riskieren viel, aber machen gute Geschäfte. Die Araber. Juden sind kaum im alten Nazareth zu finden. Fast nur Araber. Christen und Muslime. Mehr christliche Araber als muslimische Araber. Naturgemäß, die Geschäfte hier sind christliche Geschäfte. Allerhand christlicher Tand wird hier den Touristen verkauft. Geschenkartikel, Kreuze aller Art und Größe. Bilder, Form und Wasser aus dem See Genezareth. Produkte aus dem Toten Meer. Salz und Erde. Israelische Fahnen. T-Shirts und alles andere, was man nicht braucht und trotzdem kauft. Die beiden Touristinnen finden alles schön und märchenhaft. Sie können ihr Glück kaum fassen. Typisch Touristen. Für sie ist alles hier exotisch. Ein Privileg. Bunt und würzig. Das kananische Wetter ist fabelhaft. Nicht jedermanns Sache. Das verstehen sie langsam. Dennoch besser als die düstere Witterung der ständigen Regen im alten Kontinent Europa. Ja, sagt die ältere Frau, es ist hier bestimmt ein wenig heiß. Die Luft bewegt sich kaum. Man kann kaum atmen. Es entsteht zweifellos ein Sauerstoffmangel. Die Lunge muss pumpen und pumpen. Sich anstrengen. Dennoch. Und das Wort dennoch wiederholt sie mehrere Male. Dennoch ist es immer lieber. Dieser häufige Zustand der Atemlosigkeit. Es ist mir doch dieser lieber als der deutsche Herbst. Ja, Mutter, sagt die Jüngere schmunzelnd. Bei uns in Deutschland kein Wunder, dass im Herbst sich so viele Menschen das Leben nehmen. Es gibt keine Sonne, keine Glückshormone, nur die Kälte und das Graue. Hier im Nahen Osten badet man buchstäblich in Sonne, sagt die Ältere. Hier gibt es Sonne und Hitze im Überfluss. Die Frauen stehen nun außerhalb der Kirche. In einem kleinen Garten Eden sehen sich die zwei Frauen gespannt die vielen auf der Wand ausgestellten Bilder, gespendete Kunstwerke aus der ganzen Welt an. Sie betrachten die Bilder aus Deutschland, Ungarn, Österreich, Rumänien und vielen anderen Ländern mit großem Interesse. Sie gehen den Kreuzgang entlang und verewigen ihre Anwesenheit mit dem Fotoapparat. Und dann werden sie abgelöst von den Touristengruppen in ihren Bussen. Gleich werden die sich auf die Kirche stürzen, laut sprechen, Fotos schießen und rasch in ihre klimatisierten Busse zurückkehren und zu einem anderen heiligen Ort ihrer Pilgerfahrt fahren, denn in dieser Region mangelt es kaum an Heiligtümern. Zu Hause werden sie alles erzählen, alles vorzeigen. Mitbringsel, Fotos, Videos, Beweise ihrer leibhaftigen Anwesenheit im Lande von Milch und Honig. Und lächeln, einfach so lächeln. Nicht jeder hat ja Erinnerungen aus Bethlehem, Jerusalem und Nazareth. Keine Selbstverständlichkeit, eine durchaus beseligende Erfahrung für viele. Dieses Glück, eine Pilgerfahrt zu heiligen Städten, die heiligsten Städten überhaupt. Touristen kommen und gehen, nur der Konflikt in einem Land mit so vielen Heiligtümern bleibt. Der Ort ist heilig, friedlich aber nicht, noch nicht. Eine Hoffnung besteht dennoch ernsthaft. Seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Frieden, Salam, Shalom. Vielleicht wird es auch mal Frieden in Israel und im Nahen Osten geben, sagt die Jüngere. Die Ältere sagt nichts. Sie schaut nur etwas skeptisch. Denkst du nicht, dass es ihr bald Frieden geben wird? Vielleicht, sagt die Mutter, vielleicht wird eines Tages überall auf der Welt Frieden herrschen. Ein Mann in traditioneller arabischer Kleidung mit einem Kefia auf seinem Kopf signalisiert mit unmissverständlichem Flattern seiner beiden Hände, dass die beiden zu ihm kommen sollen. Er sitzt auf einem Kamel. Salam Aleikum, sagt der Araber und streicht sich einige Male über den Schnurrbart. Das Kamel steht im Schatten. Groß und schön ist es. Makellose Zähne. Es scheint etwas zu kauen. Ein Jamal für Madame, sagt der Araber charmant. Wie bitte? Zwei Jamale. Jamal? Wüstenschiffe. Ja, Jamale. Kamele, sagt der Araber mit Nachdruck. Drei Jamale. Nicht mehr als drei Jamale. Dazu ein paar Dutzend Schafe und Ziegen. Okay? Okay? Okay, sagt der Araber zufrieden. Gutes Geschäft. Mit Mahmud, sie machen gutes Geschäft. Geschäft? Mahmud? Ich, sagt der Araber und klopft sich mit dem rechten Zeigefinger einige Male gegen die Brust. Ich bin Mahmud. Gute Jamale. Gutes Geschäft. Sie werden nicht bereuen. Ich bin ein reicher Mann. Ich werde Madame gut behandeln. Versprochen. Plötzlich verabschiedet sich der Araber und winkt den Frauen zu. Bald komme ich zurück, sagt er entschlossen und sieht sehr majestätisch aus auf dem großen, schönen Kamel. Wir machen eine schöne Hochzeit. Wir machen eine schöne Hochzeit. Diese Worte sind nur noch aus der Entfernung zu hören. Hochzeit? Hat er Hochzeit gesagt? Hochzeit? 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 Ein Mann steht nun, die Hände in die Hüften gestemmt vor den etwas erschreckten Frauen. Ja, sagt er, Hochzeit. Sie, sagt er und zeigt auf die ältere Frau, sie werden Mahmud heiraten. Heiraten? Noch heute. Heiraten. Es wird eine Hochzeit geben. Eine große Hochzeit. Noch heute. Bald. Wer sind sie? Hasan. Mein Name ist Hasan, aber alle nennen mich Petrus, denn ich bin Christ. Araber und Christ. Ja, ja. Eine seltene Kombination, nicht wahr? Aber es gibt Araber, die Christen sind. Die meisten Araber sind Muslime, das ist wahr, aber nicht alle. Mahmud ist kein Christ wie wir. Er ist mit Leib und Seele Muslim. Mahmud? Mahmud? Der Mann, den sie heiraten. Wie bitte? Mahmud hat sie für zwei Kamele, sagt der Mann und zeigt mit dem rechten Zeigefinger auf die ältere Frau. Oder waren es drei? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls für zwei oder drei, was ja viel ist. Sehr viel. Drei Kamele sind hier ein Vermögen. Ein Vermögen und dazu noch ein Dutzend Schafe und Ziegen gekauft. Mahmud ist großzügig. Sie können sicher sein, dass die Tiere gesund sind. Mahmud ist ... Was meinen Sie, sagt die Ältere, was meinen Sie mit gekauft? Was sagen Sie da? Wer hat was gekauft? Sie, zeigt der Mann auf die Jüngere. Sie haben ihre Schwester verkauft. Mahmud hat ihre Schwester gekauft. Sie ist meine Mutter. Ihre Mutter sieht so aus, als wäre sie ihre Schwester, sagt der Mann. Das kann doch nicht sein. Sie ist meine Mutter. Dann haben Sie eben ihre Mutter verkauft, sagt der Mann kalt. Meine Mutter, sagt die jüngere Frau empört. Ich habe meine Mutter verkauft. Wie kommen Sie dazu, Herr Petrus? Ohne Herr, nur Petrus oder Hassan. Aber lieber Petrus, ich mag es, Petrus genannt zu werden. Die biblische Konnotation macht es so schön, so christlich schön. Also bitte, Petrus. Wie kommen Sie darauf, Herr Petrus, dass ... Petrus ... Fällt er ihr ins Wort? Petrus, ohne Herr, nur Petrus. Einfach Petrus, Petrus. Wie kommen Sie darauf, Petrus, dass ich meine Mutter verkauft habe? Wie um Himmels Willen kommen Sie darauf? Wie, mein Gott ... Bitte beruhigen Sie sich, liebes Fräulein, sagt der Mann. Petrus erklärt Ihnen alles, nur keine Aufregung. Also bitte, bitte. Ich stand hier, nicht weit von hier, als Sie das Geschäft mich Mahmud besiegelt haben. Geschäft? Jawohl, sagt Petrus. Geschäft. Angebot und Nachfrage. Kauf und Verkauf. Geschäft. Und er wird bald kommen. Mahmud wird bald kommen. Mit seiner Hamula, mit der ganzen Familie. Familie? Jawohl. Und den Tieren. Tiere? Was für Tiere. Also wirklich, Madame, sagt Petrus mit Entschlossenheit in der Stimme. Die Jamale, die Schafe und Ziegen, die Bezahlung, der Kaufpreis. Sie verstehen. Ich ... Mahmud sorgt schon für alles. Ihr beiden sollt euch um nichts kümmern. Für alles wird gesorgt. Mahmud sorgt für alles. Alles, sagt die ältere Frau unwillkürlich. Natürlich, Madame, für alles wird gesorgt. Sie werden schon sehen. Mahmud ist bekannt für seine unvergessliche Gastfreundschaft und seine Feste. Ihr werdet schon sehen. Schön, sehr schön. Die Hochzeit wird in diesen Minuten vorbereitet. Schafe und Ziegen werden genau jetzt geschlachtet und zubereitet. Es wird gegrillt. Herrlich wird alles schmecken. Gut gewürzt, auf der Zunge zergehend. Nur keine Sorgen. Bald kommt Mahmud. Er kommt bald für euch. Für sie. Ich will aber gar nicht heiraten, sagt die ältere Frau. Wie bitte? Meine Mutter will nicht heiraten, sagt die Jüngere. Sie wollen nicht heiraten? Nein, sagen die Frauen. Nein. Nein. Mein Gott, sagt Petrus. Ihr wollt überhaupt nicht heiraten. Madame. Nein. Dann warum? Warum? Mein Gott. Ihr Europäer seid so eine ganz andere Kultur. Mein Gott. Mahmud wird beleidigt sein. Hier geht es um die Ehre. Versteht ihr, was ich sage? Ehre. Nein. Nein. Er wird so etwas nicht zulassen. Nein. Nein. Nein, sagt Petrus ernst. Er wird heiraten wollen. Er findet Madame schön und will sie unbedingt heiraten. Und Geschäft ist Geschäft. Sie, sie, sie haben ihre Mutter verkauft. Sie können jetzt nicht sagen, dass sie ihre Meinung geändert haben. Nie hatte ich vor, meine Mutter, meine eigene Mutter zu verkaufen. Ich, mein lieber allmächtiger Gott, sagt Petrus auf einmal. Ihr habt keine Ahnung, was ihr gemacht habt. Mein lieber. Es war also keine Absicht. Ihr Europäer kommt hierher und macht alles kaputt. Entschuldigung. Das war unhöflich. Ich meine es nicht so. Ihr macht nicht alles kaputt. Aber hier laufen die Dinge anders. Wir Araber haben eine andere Kultur. Ihr Europäer kommt hierher mit euren Ideen, europäischen Ideen. Ihr habt aber keine Ahnung, wie die Dinge in diesem Teil der Welt laufen. Hier ist nicht Europa. Hier ist etwas ganz anderes. Andere Sitten. Wüstensitten. Versteht ihr? Hm? Eine andere Mentalität. Eine völlig andere Kultur. Wir leben hier anders als in Europa. Wir sind hier anders als die Europäer. Hier essen wir Hummus und Tachina. Als Nachtisch-Baklauer und echten Kaffee. Was esst ihr? Was trinkt ihr? Hm? Ihr eßt lieber Schweinefleisch. Und dazu trinkt ihr Bier. Schweinefleisch, Bier und Sauerkraut. Wie unappetitlich. Kein Hummus, kein Tachina, kein Baklauer. Nicht bunt und farbenfroh. Nur matt, farblos. Kartoffeln und Schweinebraten und Sauerkraut. Oder? Ganz klar. Mir persönlich ist auch ein Stück Pita-Brot. Ein frisches Pita-Brot mit Hummus in Olivenöl geschmiert. Dazu gegrilltes Lammfleisch. Lieber. Lecker ist das. Man isst mit den Händen. Danach leckt man sich die Finger. So gut schmeckt alles. Von Alpha bis Omega ist bei uns alles sehr lecker. Jeder bisschen ein Genuss. Wirklich. Ich erzähle euch keine Geschichten. Wir Araber haben eine Ahnung, was schmeckt und was nicht schmeckt. Gewürze. Die Gewürze machen den Unterschied. Versteht ihr? Wir sind keine Europäer. Keine Langweiler. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr tut. Ihr macht mit jemandem ein Geschäft. Ein durchaus legales Geschäft. Mein Gott. Sie wollen also überhaupt nicht heiraten? Nein. Mein lieber, mein lieber Gott. Jesus Maria. Schnell, schnell. Ihr müsst sofort weg. Mach Mut, komm bald zurück. Alles ist ja schon egal. Ihr müsst jetzt gehen. Verschwinden. Schnell, schnell. Ihr müsst euch verstecken. Ihr müsst sofort verschwinden. Komm, komm. Verschwinden? Wohin? Was? Flüchten. Flüchten, sagt Petrus. Mein Gott. Diese Europäer verstehen nichts. Nicht genug, dass sie solch eine schreckliche Küche haben. Also wirklich. Ihr müsst sofort flüchten, wenn ihre Mutter nicht heiraten will. Flüchten. Flüchten. Raus aus dieser Stadt. Aus diesem Land. Verschwinden. Weg von hier. Sofort. Versteht ihr jetzt? Hm? Also kommt. Mein Gott. Jede Sekunde ist kostbar. Los. Los. Mein Lieber. Mein Lieber. Was ist los mit euch, wenn ihr noch hier hängen bleibt? Sie kommen. Sie kommen. Mit Autos. Peugeots. Alle alten Peugeots. 305 und 405 und 505. In Nazareth sind die alten 405 Peugeot Modelle beliebt. Sehr beliebt sogar. Wir sollten auch nicht überrascht sein. Einige japanische Autos zu sehen. Toyotas. Hondas und Mitsubishis. Subarus. Viele alte und gute Subarus. Und Susitas. Und Kamele und Pferde und Esel. Die Straßen werden gesperrt. Die Straßen, die in der Nähe von Mahmuts Haus liegen, werden gesperrt. Sind schon gesperrt. Alle werden die Hochzeit feiern. Sie feiern schon. Feuerwerke. Könnt ihr sie hören? Die Feuerwerke. Die ganze Stadt. Ein einziges Feiern. Freude und Fröhlichkeit. Gastfreundschaft. Freunde und Verwandte aus dem ganzen Land werden kommen. Sie sind schon da. Bei ihm wird nie gespart. Nicht im Geringsten. Nicht im Geringsten gespart. Nur das Beste bekommt man bei Mahmoud. Alles im Überfluss. Das Beste vom Besten. Und das im Überfluss. Seine Frauen kochen. Frauen? Jawohl. Frauen. Mahmoud hat vier Frauen. Nein. Warten Sie. Fünf. Fünf oder sechs. Vielleicht sogar sieben. Aber ich glaube nicht mehr als sieben. Nicht viel mehr als sieben. Höchstens acht oder neun. Zehn, elf. Weiß ich nicht. Weiß es nicht mehr. Diese Fragen sind immer die schwierigsten. Wie viele Frauen? Wie viele Kinder? Naja. Jedenfalls hat er einige Frauen. Und Kinder und Enkel. Sogar Urenkel. Wie viele genau, weiß ich nicht. Wie viele Frauen er genau momentan hat, weiß ich nicht genau. Letztendlich ist es am Ende doch Wurst, oder? Nach der fünften Frau zählt man nicht mehr so richtig. Es gibt so einen Spruch bei uns. Nach der fünften Frau kommt die sechste. Kennen Sie? Nein? Ja. In Europa ist es anders. Ein Mann und eine Frau. Transparent. Monogam. Ich weiß. Dort ist alles anders. Nur hochmütige Wörter. Nur Beschuldigungen. Tier Europäer übrig. Kapitalismus, Imperialismus und Kolonialismus. Ein Mann und eine Frau. Bürgertum. Dekadenz. Hochzeit. Unterzeit. Depression. Amokläufige Mission. Zion. Nur bla bla bla. Wörter über Wörter über Wörter. Englische, deutsche und französische Wörter. EU-Wörter. Eure Welt ist eine andere Welt. Ihr denkt, ihr seid etwas Besonderes. Ihr denkt, ihr schreibt die Geschichte. Ihr denkt und denkt. Ihr redet und redet. Und ihr könnt nur eine Frau heiraten. Eine. Nur eine. Eine einzige. Und in Europa werden die Frauen Männer und die Männer Frauen. Ist das gut? Ist es natürlich? Homos und Lesben. Transvestiten und transsexuelle und transtranssexuelle. Perversion und Freiheit. Pornografie und Masturbation. Halluzination. Sportfaszination. Parteifraktion. Lobby. Demokratie. Ist das normal? Nicht hier. Wir sind hier traditionelle Menschen. Wir brauchen keinen Fortschritt. Nicht alle wollen, was ihr wollt. Nicht alle wollen so leben, wie ihr lebt. Nicht alle wollen Europäer sein. Nicht alle wollen Amerikaner sein. Viele wollen es, aber nicht alle. Wir, die Araber, wollen wie unsere Väter leben. Einige von uns wollen es so. Hier haben wir keine abstrakten Probleme. Hier haben wir echte Probleme. Überlebensprobleme. Viele Probleme. Unendlich zahlreiche. Ihr, Europäer, habt weniger Probleme. Das ist auch ein Problem. Euer Problem. Versteht ihr? Hm? Ich will nun offen reden, wenn ihr mir gestattet. Unsere Gesetze sind nicht eure Gesetze. EU-Gesetze sind keine arabische Gesetze. Versteht ihr? Hier ist es nichts Außergewöhnliches, mehrere Frauen zu heiraten. Nichts Ungewöhnliches. Fast ein Muss für die, die es sich leisten können. Übrigens nicht bei mir oder bei uns Christen. Ich meine bei den Muslimen. Bei denen ist es ein Statussymbol, mehrere Frauen zu haben. Wie eine Trophäe. Je mehr Frauen einer hat, desto mehr wird er geachtet und verehrt. Ja, bewundert. Von Männern und Frauen. Und Mahmoud ist reich. Viele achten und bewundern ihn. Er wird hier von allen respektiert, geehrt. Er kann sich eine Armee von Frauen gönnen. Und er gönnt sie sich. Oder sollte er verzichten? Nur eine Frau heiraten? Ja? Ja? Er ist eine gute Partie, Mahmoud. Das kann ich versichern. Die beste Partie dieser Stadt. Vielleicht in ganz Galiläa. Ihn zu heiraten ist doch eine große Ehre. Eine Auszeichnung. Bei ihm sind die Frauen gut versorgt. Das wissen hier alle. Mahmoud kennen hier alle. Madame, wenn ich fragen darf. Sind Sie sicher, dass Sie ihn nicht heiraten wollen? Eine gute Entscheidung.